Aber ich stehe mir in der Wohnung vor, das ist mir hier zu unsicher, das Gelände. Weiß hier jemand, wo ich bin, oder was geht hier ab? Ich bin aus dem Fahrzeug gewesen. Du bist kaum zu sehen vor dieser hellgrauen Mauer. Echt? Nein, nicht echt. Deswegen bist du doch gerade verreckt. Oh fuck.